ja willkommen mein name ist an die rolle hier und spielgrüß euch zurück zu exploit dragon box 2 in der herzen folge haben wir ein paar parallelquests abgeschlossen und jetzt stehe ich hier vor irgendeiner frau mit einem fragezeichen im kopf ich habe schon wieder diesen einen typen gesucht welcher 20 nach 20 expertenquests mir irgendetwas geben soll glaube ich nicht gefunden da habe ich sie gefunden sie hat auch ein fragezeichen im kopf das auch gut oder ja wenn ich dabei könnte ja ein lag ein kommentar ein abo oder sonst irgendwas hinterlassen obwohl er hat noch nicht angefangen hat oder jetzt gesehen habe aber trotzdem reden wir mit ihr was willst du was machst du was kann ich machen wie sehr aus letzter tag das möchte ich dir geben ob ich nimmst du es an ein bisschen anti-climatic wir gehen jetzt ein bisschen die story weiter führen weil es eingefallen bis da glaube ich mit uns trainieren oder so kann ja glaube ich auch nicht so lange dauern ich glaube ich habe noch nicht mal eine trophäe bekommen hatte ich hier frisars angriff irgendwie abgeschlossen habe also ist die saga irgendwie noch nicht zu ende und ich bin doof bin ich wollte mal eben ein bisschen kopierbar ist aber nein anscheinend nicht also gehen wir weiter jetzt wahrscheinlich nur ein kampf oder so aber schauen weil ich kann auch noch keine neuen sachen kaufen oder so also ist die sagen noch nicht abgeschlossen was ich ein bisschen doof finde dann machen wir hier weiter bei wo ist oder da war und bist du mit der vorbereitung für dich ach so die sie will ja irgendwann mit diesen eiern ja machen ja ja sehr gut dann kann das uns gehen oder jetzt noch ein kampf den ich ja weitermachen muss man das bild wenn man irgendwie nicht so erkennt die dinger abgeschlossen sind oder nicht das training wisst launen super für nur ein kampf momentan stärkste im moment nicht dieser eine komische zähne ist jetzt im moment der stärkste ist das kleine piechere ich wollte dem hier alle irgendwie alle universum auf einmal erledigen kann wenn er schnippt oder so ein bisschen übertreibend sind sie schon mit den leuten irgendwann ist es auch mal zu stark so und wie geht da werden die leben das staatsan wieder war nicht der angenehm kenne ich tut andere ausweiter weg putzen muss bilds auf einmal er ist im moment immer noch mein lehrer deswegen auftaucht also er macht mich voll fällig aber er ist der stärkste charakter in dem spiel auf jeden fall das schmacht klare zum teufel war das was dann immer einen knall oder so gezogen oder so keine ahnung so toll erschreckt um den 28 dezember wenn ich meine nachbarschaft tun schon irgendwie eine stunde oder sonntag vorher irgendwie die knall abzünden überhaupt neue alles müssen wir gar nicht neujahr feiern wenn er schon irgendwie tage vorher gibt es voll nämlich ich weiß die sage abgeschlossen wenn man ist der trofé immer aufkloppen davon hast du schon mal zeichen da oben auf den kopf wir könnten sie voll platt machen wir machen weil ich in der serie heißt bilds hat doch überhaupt nicht gut hier hat die in der geschichte rumeiern die übermächtigen typen ab ja jetzt voll leicht erlegen können ja 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 Aber es ist nicht so, dass die andere Geschichte der Kiontech nicht so ist. Wir haben auch die Mila und die Krieg sind. Wenn wir die Geschichte überwachen, dann müssen wir das. Wir müssen uns das. Wir müssen uns das, was der Kiongarten zu verabschieden hat. Wir müssen uns das, was der Kiongarten zu verabschieden. Oh, ich weiß, was der Kiongarten ist. jetzt kriegt die trophäe war super er ist aber die sage abgeschlossen leider wollte ich ja okay gehen wir wieder mit vegetar weiter oder so mal schauen auf dieser samee von frise hat mein noch nichts oder habe ich vielleicht neu parallel ich weiß ja so falsch haltet jetzt ich weiß mal im shop und so nach kostüme und so immer noch diese klamotten anzunehmen die alten klamotten neue produkte ausgezeichnet sportanzug aus dem film die klamotten kenne ich noch schlagangriff eine super 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 kämpferanzug warum warum hat die freezer hast du so viele sachen 1 2 3 4 5 6 7 klamotten haben die warum kriegen die sages oder die menschen nix noch haben wir schlagen neue sachen zum ließen sag mal eine lange geschichte die welt gibt es wirklich ölschan von kirche explosion gerade habe ich mir die seelen mischt dinge wohl das war zwar zweimal habe ich das hatte ich schon mal hergestellt irgendwann ich muss verschwenden da sind da neue experten mission angekommen ich gebe die zeit zurück hat wendung von ideale abwehr wenn ich das universum verstehe noch mal kärz und steck geladen der kirche sorgen da kommen ja nicht wieder schnell kurz alle angefangen da so und ja am schuh jetzt hier kurz einschalten den gefährten allein was bei der beleidigung ihr seid jetzt schau und ja am schuh die nutzen diesen spiel mal war und von mir wenn ich dachte da oben ist neuerdings aufgetaucht schweizend nicht parallel ist aufgetaucht freier platz was haben wir hier alles kann machen wir mal begeht das training weiter da auch schon mal weitermachen da sehe ich hier irgendeine neue experten mission ich glaube nicht das ist doch jetzt sie macht es prozent okay ich wollte immer mal zu gehen ich bin da und zwei neue kamen da geht ja tut mir leid dass ich so lange abwarten lassen ist also endlich hier was scheinert setzt du hat trainiert konnte ein kibis hier drüben spüren aber es ist kein wunder hast du so stark nicht schließlich bist du ein saiyajin und das macht es lohnen gegen dich zu kämpfen das verstehst du oder ich habe auch hart für diesen tag trainiert mit dir werde ich nun versuchen meine stärke auf uns zu heißen es ist ein kampf zwischen saiyajin und du bist ein krieger dessen fähigkeiten ich anerkenne ich werde meine gesamten kampf gegen dich einsetzen ich hoffe du bist bereit eine gute antwort ich wusste hast du das zeug hast es muss sich lohnen du bist ebenso stark geworden wie ein saiyajin prinz weil letztendlich werde ich gewinnen so dann zeig mal was du drauf hast weißt du ist das wirklich ich muss doch bestimmt noch gegen gott begeta kenten super zeit und blau begeta so was hat schon gott super saiyajin begeta das ganze ausdauer weg da wird sich verarschen hier gar nichts machen kann das ist halt da wie auch eine super zeit wenn er jeden anrufe abgewährt hat aber wenn ich war wenn ich wahrscheinlich alles ist wenn du alleine kämpfen und irgendjemanden den kopf komisch war es auch noch neben weiter war schon ich will ich will mal zeit patrouille ja klamotten nahmen nicht elite anzüge von capsule corporation in saiyajin egal noch mal training abgeschlossen hier da kommt noch was es ist unmöglich ich habe alles gegeben ich hätte nie gedacht dass ich einmal besiegt werden würde auch nicht von einem anderen saiyajin hm wieder was heute dieses mal muss ich mich geschlagen geben aber warte mal auf das nächste mal gewinne ich und bis dahin trainiere fleißig weiter also jetzt du bist die nummer eins hat wieso kommt dann noch was wie sieht denn das aus weil dieser bekloppte anzug ist hat warte endlich auf sich gewartet auf dem sieg musste ich immer noch härter sehen ich habe meinen stolz runter schon anderem hilf gebeten da konnte ich meine grenzen überwinden und neue höhle erreichen dafür dank der saiyajin denn so bin ich noch stärker geworden ich möchte ich für mein neuer lang die stärke bedanken aber genug gerät okay das ist was so ein zeit hinaus mache ich werde für alles in den kampf um nicht zu besiegen ich werde für alles in den kampf um nicht zu besiegen also dann zeig mal was du drauf hast finale kampf gegen vegeta oh bald super vegeta na okay das wird hart glaube ich war super vegeta dies ist glaube ich besser die fähigkeit als super saiyajin ich glaube ich die exklusion verstärkt ich bin super vegeta nicht du nein hin leiser schicken und ich fand ich ne ich gestärker hast du mann da nehmen sitzen du händen warum ist der kampf so viel einfach als der vor normaler kampf einfacher als der corporation mit dem mal keine ahnung kann man eine parallel quest dran schieben sagt nicht dass wir gleich auf sind aber ich bin stärker waren wie sagt so wieso hat das nicht gereicht das muss mich richtig sauer ich kann nicht glauben dass du noch sagen gibt die mich besiegen kann ich muss sich auf der liste auf der leute aufnehmen die ich noch überflügelt muss ich sage jetzt werde ich dich und kakaot besiegen und der stärksten ganzen universum ja du hast die andere kleidung an merke ich gerade vorhin hast du noch blauer sein versucht sich von niemanden besiegen zu lassen was noch mehr jetzt genau das hier ist für dich nehmen du bist die nummer eins was benutzen und stärken zu werden so bist du für mich im training nützlicher das hat sich kämpfen deshalb sei dass du niemanden was aber irgendwann werde ich so weit kommen also der helden anzug so lauf ich ja genau der das ist die nummer eins da ein gutes ding zwei schreckte hilfe effekte war man bringt jetzt abgeschlossen kärfe corporation 86 prozent war ja ich habe geschlossen rüber rüber lustig oder bist du ja ich möchte etwas zeigen mit stark genug und wie geht er zu wiegen aber im gegensatz zu ihm bist du nicht gleichsinnig bei der weile hat jemand einfach richtig ist auf unseren grundstück zurücklassen eine unserer wachnetz gefunden wie diese person außer nun er hatte stachlige haare und trug einen seltsamen vorrichtung über den auge weiß auch wann es kauter ist oder vielleicht war es ein zeichen der ein scouter trug ein unmöglich haha das hat er zurücklassen kannst du für dich darum kümmern bitte ja kannst du dich darum kümmern bitte danke wir haben es untersucht aber wir konnten nicht herausfinden dass eine menge nur aus und dass seine menge energie enthält er geht aber sucht immer wieder ist sich zu holen auf man will er gegen das kämpfen was sich dann befindet hätte mich verfolgt ich will die erde niemals auf seine weise in gefahr bringen wir haben auch sage ich möchte dass du das ei behältst ich weiß dass das eine menge trägt dass du eine menge tricks aufs lager ist ich weiß dass das stimmt meine weibliche intuition sagt mir dass eine andere handelsweise versuchen könnte was wir nicht so genau so stark wie geht da da kann ich darauf vertrauen dass du dich darum kümmerst ok danke für eine hilfe bis dann schluss jetzt abgeschlossen 86 prozent jeder wirst du ganz bereits abgeschlossene quest neu spielen hat warum warum sind noch irgendwas hier ist niemand wir sind nicht abgeschlossen okay warum ist noch nicht abgeschlossen egal ich werde schon herausfinden irgendwann glaube ich mal schauen eine parallele quest schafft man noch da müssen wir aber ich ging zum hohen wo und so kämpfen auch machen wir die noch freier platz stark kämpfer an besiege sie mir sie gibt es ok ich nehme mein bild sind sie gern an und besser mit attack am alfaka und wie ging das mal verkaufen bietet mit einer normaler vorka was mein training oder wie ich mag es nicht wenn man mich beobachtet wenn man der zugruft ich habe mich weg bewegt und er trifft mich immer noch ich war weil ich wusste ja warum klickend majin bu so furcht einflüssen in der panischen version in der englischen version der vor die kinderstimme er klingt ja voll richtig erschreckend so richtig ich habe angst vor dem erschreckend also meine zeit zurückdrehen so offen war ich gebe mir geht hat so auch vernerven wir die immer so ein da hinten geht da kotzt mich so an die andere weise noch nicht mal angekackt wahrscheinlich macht ihr eigentlich noch mal vor den kloser meister fall war ich hab geblockt in den einen moment ich bin einer bild zum bild sagt doch erbieter mal auf mit einem eigenen meister geschlagen das ist ein bisschen respektlos ist vielleicht auch die letzte aufnahme heute bei den kloser malzsee mit welcher trinken sollen daneben da noch ist wenn ich danach endlich mal mit dem da wird nicht gut lässt er mich einfach im stich der psa ehrlich jetzt auch so ab jetzt wo ich auf die schlose halb totgeschlagen diese kombination am liebsten ging es auch gut zu kämpfen ist echt auch weil wir noch heißen jetzt haben wir so ein tattoo auf den dingen was passiert ich weiß ja dann alles von dringung super habe ich auch noch nicht gesehen ist meiner schande sagen die ganzen sachen im film vorkamen die habe ich mir nicht alle angesehen das ist sowieso nur die filme noch mal in serien vorn seid ihr meister wie geht es haben wir den zeit anderen ist sagt mir natürlich nicht überraschung nicht verderben wenn ich tippen könnte würde ich sagen ja eigentlich von dringung schießen da drin erst mal gab es da glaube ich auch ich glaube aber roly und barok ich glaube barok kommt ja irgendwie hier im spiel bald vor story mäßig bei mir war verarscht es war er sogar auf dem cover des spiels also sagt schon einige ich glaube es jedenfalls ich will natürlich keine antwort noch so was so nur meine gedanken äußern ich meine eier ist bestimmt hier die zeugte ich habe meine dinge uns eingesetzt wird mich verarschen jetzt mich gar nicht treffen wir wirken meine ausweichfähigkeit gemacht man was soll ich jetzt mal treffen du hast noch einer p ehrlich das war natürlich nicht richtig gedacht manche machen muss ja nichts freigeschaltet oder andere war gut weiß nicht das nächste ich habe jetzt kommen keine alten parallel quatsch mehr sind als noch neue ewiger rivale das kommt mir bekannt vor überhaupt kam ja warum ich habe es eine die quests im ersten teil gewesen muss meine letzten parts reingucken von ja ich glaube die war sogar übel schwer ob ja die würde ich dann ausgehen machen wenn die doppelte ist ich glaube ja wo ist der typ mit den 20 experten missionen nicht ansprechen muss wenn ich 20 experten missionen abgeschlossen ab was soll so ein typ in fragezeichen bei von denen eine belohnung haben die hohe jetzt noch du bist der stufe 5 und endlich geschaffen sauber was zurück hat hier erst mal so haben recht gut wir gehen schon von mir nicht vergessen stufe 5 alle kräfte hat man da denke uns hier von der armee oder eine typ mit dem mit der frisur vermuten rossi und das geht schon meine ich da bist du ja das muss ich so kannst doch nicht fliegen paar was zwar nichts können ging dann ist das jetzt was ihr getan aber dann kommt man nur 0 über eben du musst sie jetzt schnellst du erlaubnis holen habe ich doch schon ja wie du hast deine erlaubnis und über wen mache ich mich jetzt lustig ok hier an dem ließ land kostet okay jetzt gebe ich mich ich gebe mich nicht mit grünschnebel ab die nicht noch mehr erlaubnis haben weil jetzt nachdem du flüge gewonnen bist können wir freunde sein wow du musst dann auch zu essen hallo ja was ist aber kurz bis einer dieser zeit zu lernen oder nun sie ist gar nicht so hart aus ich hatte gerade eine tolle idee ich zeige dir wie man kennt ziemlich stark weißt du ich habe gegen bb und die teufels sachen gekämpft weißt du kein schlechter vorschlag oder okay machen wir das warum nicht warum bekomme ich den schweiz den paar paar tanz eine cringiesten moment in geist eigentlich in deutsch so fremd schämt glaube ich du bist ja durchgefangen oder was du bist ja durchgefangen oder was bringt das ohne die erzieher charaktere nehme ich an war verschwendetes potenzial in dragonborn gt für paan sie hat so ähnlich gestartet mein paan war okay war richtig okay am ende in der letzten folge von rainbow set in den letzten folgen wo diese richtig auf kampfspot und so abgefahren ist und so hätte locker stärker werden können als jeder andere und was haben sie in gt aus sie gemacht rebellische teenager in stadt hier mit das panz tauglichkeitssiegel ich denke was das zeugt für mein spiel super spezielles mega fantastisches unter training des wahnsinns bringe ich schon dem vor macht ich bereit für tränen ohne ende sagt einfach bescheid wenn es los gehen kann ja gut jetzt die trainer nein doch kein witz okay cool roly muss ich auch noch finden da wird ein spaß okay da muss ich sagen wenn die im part hier welche packt freund hat könnte ja ein leicht ein kommentar ein abo oder sonst irgendwas entlassen dann sehen wir uns in der nächsten folge von den let's play dragon world zeroes zwei ich bleibe mich einherzig fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge